Willkommen zur unendlichen Reihe, niemals in der Reihe großartige Menschen mit problematischen Ansichten. Heute Dr. Carlos González, den ich im letzten Video sehr zustimmend zitiert habe, weil er wunderbare Ansichten hat über Rona Rona mit Kindern, der aber leider gleichzeitig etwas anderes macht, was hochproblematisch ist, nämlich ergreift den ethischen Konsequenzialismus an und schwingt sich auf zu Prinzipiendenken. Er macht das, weil er uns einimpfen will, mit Kindern gut umzugehen und uns gleichzeitig nicht zutraut, wie alle Prinzipienreiter, dass wir die Folgen unseres Handelns abschätzen können. Im menschlichen Leben gibt es immer das Problem, dass man was tut und die negativen Folgen des eigenen Handelns stellen sich so viel später ein, dass man nicht in der Lage ist, einen Zusammenhang zwischen seinem heutigen Handeln und den Folgen, die das für einen hat, herzustellen. Ethische Konsequenzialisten trauen das Menschen zu, vor allem unter guten Bedingungen. Also wenn man im Nebenberuf noch Institutionenethiker ist und unterscheidet zwischen besseren und schlechteren Bedingungen, um das machen zu können, kann man guter Hoffnung sein, dass Menschen schlau genug sind, sich nicht selbst schädigen oder miteinander auch lernen, sich nicht selbst zu schädigen durch die Folgen ihres Handelns. Und dann kann man eigentlich Prinzipiendenken immer sehr gut auflösen in die Folgen von Handeln und muss nicht normative Vorstellungen aufstellen. Als ethischer Konsequenzialist kann man Prinzipiendenken, also ethisches Prinzipiendenken natürlich auch immer nur von seinen Folgen her kritisieren. Die Folgen von Prinzipiendenken sind sehr interessant, weil oft Prinzipiendenker einzelne Dinge im Blick haben, also die ihnen heilig sind sozusagen, also sagen, da braucht man ja nicht nachdenken, das ist richtig, egal welche Folgen es hat und so weiter. Das Problem ist, dass man da mit einer Denkform generell Türen drauf öffnet, die dann von anderen für andere Dinge benutzt wird, also andere mit anderen Inhalten gefüllt wird. Also es wird dann in der Regel eigentlich nicht der Inhalt kopiert, also dieses oder jenes Prinzip, sondern das Prinzipiendenken an sich. Und wenn dann zwei Prinzipienreiter aufeinandertreffen, können die sich ja nur noch die Schädel einschlagen, weil die können nicht mehr, jeder ist halt sein Prinzip heilig und der eine reitet für den einen Gott und der andere für einen Gott, da gibt es nur Tod und Verheerung. Ethische Konsequenzialisten können was ganz anderes machen, die können eben auf die Folgen hinweisen, die können sagen, ja okay, also wir können jetzt X machen und dann sehen wir ja die Folgen davon und wir können Y machen und dann sehen wir die Folgen davon. Ist total unproblematisch, vor allem bei wiederholbaren Situationen. Die meisten interessanten Situationen sind leider nicht wiederholbar, so ist dieses berühmte, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, weil halt das Leben weitergeht, also zum Zeitpunkt X in einem System kann man immer nur einmal handeln und wenn man einmal A gemacht hat, einmal B, weiß man nie, was, wenn man A gehandelt hat, was passiert wäre, wenn man B gemacht hätte und bei B, was A gemacht hätte. Also wenn man immer mal in solchen Situationen ist, lernt man halt oft auch in die Fehlanpassung hinein, also man glaubt, dass man aus der Situation gelernt hat, lernt daraus was und wendet es an und in der nächsten Situation ist es schon wieder falsch. Oder man wäre besser gefahren, man hätte es nicht gelernt, aber man erfährt das nie. Also das gibt es durchaus und das ist so ein bisschen die Grenze des ethischen Konsequentialismus. Es ändert aber nichts daran, dass wir nichts Besseres haben und dass Prinzipienreiterei halt nicht besser ist. Genau. Also das so ein bisschen einleitend. Jetzt komme ich zu der Passage von dem Herrn González. Also immer ist dieses Buch hier, ich zeige es mal, Dr. Carlos González in Liebe wachsen. Hier so. Und er ist ein ganz toller Autor, der kann auch ganz toll schreiben. Er reitet für eine tolle Sache und hat auch so ein bisschen so, er bringt das so sehr auf den Punkt. Er macht sehr viel Paralysierungen. Also im Sinne von, würden wir das gleiche über unseren Zusammenhang mit und Erwachsenen sagen. Dann setzt er manchmal ein, zum Beispiel so Texte, spielt er da mit, also einen Texte, wo Umgang mit Kindern beschrieben wird und setzt dann einfach mal Frauen ein, statt Kinder und lässt uns spüren, was das mit uns macht, um die Unterschiede zu erleben. Also das ist auch ein sehr kluges Vorgehen. Und so kommt man dann dahin, dass man merkt, vielleicht ist das, wie wir ja über Kinder reden und denken, wirklich Unsinn und dann erst recht, wie wir uns gegenüber ihm verhalten. Also er will Kinder schützen, kurz gesagt, vor unserem unsinnigen Verhalten. Kann man noch kurz dazu sagen, kleiner Exkurs, das hatten wir auch ein paar Videos zuvor. Jesper Juhl, der ja völlig zu Recht darauf hinweist, dass wir in Beziehungen als Erwachsene halt die Verantwortung für die Beziehungsqualität haben. Das beißt sich eigentlich null mit dem, was der Herr González sagt. Das sind nur ein bisschen so unterschiedliche Dinge betont. Also zum Beispiel ganz platt, man kann Kinder jederzeit fragen, wie sie dieses oder jenes haben wollen, wenn man halt mit den Konsequenzen dieses Fragen eben leben kann, kurzfristig wie langfristig. Da geht es aber eben um Details und einzelne Inhalte, aber nicht um die Beziehungsqualität. Also zum Beispiel in meiner Familie, wir machen das nicht erst seit mein Sohn jetzt 10 ist, sondern sehr, sehr viel früher. Das sind in vielen Details die Fragen, wie willst du es denn haben? Und dann das abwägen, wie will ich es haben? Und dann irgendwie zu einer Entscheidung kommen gemeinsam, also auf einer Basis einer relativen Gleichwertigkeit. Aber das heißt ja nicht, dass die Verantwortung für die Beziehung bei dem Kind ist. Also wenn jetzt dann irgendwas aus unserer Aushandlung, irgendwas Bescheuertes passiert, sind es ja trotzdem wir gewesen als Erwachsene. Also das lässt sich wunderbar trennen, Inhaltsverantwortung und Beziehungsverantwortung. Ja. Und insofern spricht nichts gegen so ein demokratisches Vorgehen. Gleichwertiges Vorgehen ist wahrscheinlich wirklich das bessere Wort dafür. Und solange eben klar ist, dass am Ende die Eltern die Verantwortung haben für gut oder schlecht, ja. Und weil Kinder eben damit überfordert sind. Also wenn man Kindern dann das sehr früh die Verantwortung für das Wohlergehen der Eltern oder der Erwachsenen zuschreibt, das ist wirklich eine Überforderung und die hat schlimme Folgen und ist eben deswegen schlimm, weil es schlimme Folgen hat. Gut, jetzt kommen wir zu der Passage von Herrn González. Ich lese die mal kurz vor. Er geht sehr stark auf dieses Schlagen von Kindern ein und so. Und eben wie das auch ihn stört, wie das gerechtfertigt wird, dass man Kindern nicht schlagen soll. Und er macht das eben anders. Und das lese ich mal kurz vor. So könnte es allenfalls sogar sein, dass es letzten Endes gar nicht so schlecht ist, Kinder zu schlagen, weshalb wir zurzeit keine offizielle Erklärung gegen die körperliche Bestrafung abgeben wollen. In Klammern. Nebenbei, warum nennt man das Schlagen eines Erwachsenen häusliche Gewalt und das Schlagen eines Kindes körperliche Bestrafung? Das ist diese Parallelisierung, mit der er öfters arbeitet. Anscheinend ist das Schlagen von Kindern nur dann schlecht, wenn dies Alkoholismus und geistige Probleme verursacht. Das Schlagen eines Erwachsenen dagegen ist immer schlecht und prinzipiell abzuleben. Es ist eine Straftat, eine Verletzung der Menschenrechte, ganz gleich, ob es Alkoholismus verursacht oder nicht. Selbst wenn das Schlagen Erwachsenen vor Alkoholismus bewahren würde, bliebe es schlecht. Nicht wahr? Wir würden Unternehmen nicht erlauben, ihre Arbeiter zu schlagen, auch wenn dies ihre Produktivität erhöhte. Genauso wenig würden wir eine Legalisierung der Folter hinnehmen, selbst wenn dies die Anzahl der Straftaten verringerte. Wir würden auch kein von Ernährungswissenschaftlern kontrolliertes Einheitsessen verpflichten, in allen Restaurants einführen, selbst wenn dies das Cholesterin senkte. Und vorher wäre Leute würden auch nicht aufhören, nachts ans Telefon zu gehen, damit die Leute aufhörten, wegen Lappalien anzurufen. Nein, im Umgang mit Erwachsenen ist nicht alles okay. Es gibt Dinge, die man prinzipiell tut oder lässt, unabhängig davon, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren. Ich als ethischer Konsequentialist übersetze hier dieses Funktionieren als, welche Konsequenzen sie haben bzw. nicht haben. In diesem Buch trete ich dafür ein, dass es auch im Umgang mit Menschen, mit Kindern, Prinzipien gibt. Wir könnten mit gewissen Methoden vielleicht erreichen, dass unsere Kinder besser essen, mehr schlafen, ohne Widerstand gehorchen oder leiser sind. Aber wir dürfen sie keinesfalls einsetzen. Und dies nicht notwendigerweise deshalb, weil diese Methoden unnütz und schädlich wären und auch nicht, weil sie ein psychologisches Trauma auslösen. Einige der Methoden, die ich in diesem Buch revisiere, sind effektiv und es kann sogar sein, dass einige unschädlich sind. Aber es gibt eben Dinge, die macht man einfach nicht. So Dr. Carlos González. So, jetzt, was sagt ein ethischer Konsequentialist zu so einer Passage? Nun ja, hätte es keine negativen Folgen, wenn man Kinder schlägt, dann kann man rein gar nichts sagen, nur zufälligerweise hat es sehr negative Folgen. Also, was letztlich der Carlos González sagt, er traut uns Erwachsenen nicht zu, dass das, was wir jetzt mit Kindern antun und die Folgen, die das dann für die Kinder hat und die das für uns hat, dass wir das überreißen. Und deswegen ist er fühlt er sich genötigt, Prinzipien aufzustellen, weil hätte das keine negativen Folgen, gibt es überhaupt keinen Grund, warum man überhaupt so ein Prinzip aufstellen sollte. Also auch hinter aller Prinzipien Reiterei steht am Ende ein ethischer Konsequentialismus und die eigentliche Aussage ist nicht ethischer Konsequentialismus, das ist Quark, sondern die Aussage ist, es ist uns Menschen nicht zuzutrauen, dass wir die Folgen unseres Handelns, also vor allem die Langzeitfolgen und indirekten Folgen, vor allem die Beziehungsfolgen auch, überhaupt wahrnehmen. Und aus dieser Angst eigentlich letztlich werden dann Prinzipien aufgestellt, weil wir können wirklich alles durchgehen im Detail und wir können uns einfach die Konsequenzen anschauen. Also, Schlagen von Kindern ist nur dann schlecht, wenn dies Alkoholismus und geistige Probleme verursacht. Das ist ja eine Kritik an der Begründung, warum man nicht schlagen soll. Aber naja, das ist halt der Grund, warum das blöd ist, Kinder zu schlagen, weil das die Kinder massiv schädigt. Würde es nicht massiv schädigen, gäbe es da überhaupt kein Problem. Also, wenn es Kinder gut bekäme, und das tut es aber nicht. Das ist eben, und das lässt sich überprüfen und finden und herausfinden, Gott sei Dank. Dann, also, wir würden Unternehmen nicht erlauben, ihre Arbeitgeber zu schlagen, auch wenn die es ihre Produktivität erhöhte. Dazu kann man so viel sagen, ich versuche es kurz zu fassen. Kurzversion ist, also es gibt da Studien zu, und die sagen kurz gesagt, also du kannst natürlich durch das Prinzip von Belohnen und Bedrohen, also die klassische Stick and Carot, kannst du kurzfristig Leistungen erhöhen, tatsächlich bei auch erwachsenen Menschen. Aber es gibt Einschränkungen. Erstens, langfristig funktioniert das nicht. Du musst permanent die Reize erhöhen. Du schädigst die Leute, auch erwachsene Menschen, auch massiv, dass du unglaublich Nachschub von Menschenmaterial brauchst, wenn du so mit Menschen umgehst, mit erwachsenen Arbeitern. Und das Zweite ist, das ist vielleicht noch vielleicht wichtiger, das funktioniert bei rein körperlichen Tätigkeiten. Also, soweit auch nur ein Hauch Mitdenken und Kreativität gefragt ist, und mir fällt überhaupt keine Tätigkeit ein, wo das nicht so wäre, funktioniert dieses Prinzip nicht und hat negative Folgen, also senkt letztlich die Produktivität. Insofern ist ein ethischer Konsequentialist mit diesem völlig fein, weil er nicht auf tausend Arten begründen kann, warum es eine total dumme Idee ist, Arbeiter durch Bedrohungen zu motivieren. Legalisierung von Folter. Das ist, wenn sie die Anzahl der Straftaten verringerte. Auch dazu gibt es Studien. Sehr interessant, zum Beispiel bei Alan Deutschman, Change or Die, der Studien zitiert zum Umgang mit Wiederholungstätern, also mit Schwerststraftätern in den USA und der sich auf Studien bezieht, die sagen, man hat dann also, weil man so verzweifelt war, hat man dann das Strafmaß und die Verurteilungsrate erhöht, die Konsequenz hat, die Wiederholungsrate ging nach oben. Also die Konsequenzen von sowas wie eben, man behandelt den Menschen noch schlechter und bedroht sie mit noch drastischeren Strafen, ist eben negativ und keineswegs positiv. Hätte es positiv Folgen, dann ist das vielleicht wirklich keine so schlechte Idee. Wenn es halt positiv sich auswirken würde, tut es aber halt nicht. Generell, also ich kann jetzt alles im Einzelnen durchgehen. Ich spare mir das. Der Kernpunkt ist eigentlich ein anderer. Der Kernpunkt ist, dass einzelne Handeln immer mehrere Folgen auf mehreren Ebenen gleichzeitig haben. Das ist total normal im menschlichen Leben. Wir sind da auch völlig gewöhnt, dass wir also machen und müssen halt nicht eine Folge abwägen, sondern mehrere. Würden wir immer nur eine Folge abwägen müssen, uns aus Handelns, also hätte jedes Handeln nur eine Konsequenz für uns und nicht mehrere auf mehreren Ebenen, dann wäre das menschliche Leben schrecklich einfach. Wir könnten keine Kalküle aufstellen und alles wäre ganz klar. Der Bits am Menschen ist aber immer, dass er mehrere Bedürfnisse gleichzeitig hat. Das ist auch völlig normal für Menschen. Und dann auch noch der Zeithorizont, den wir Menschen einnehmen können, das Gedächtnis, das wir haben, die Antizipationsfähigkeit, wie wir wunderbarerweise haben, die dann auch noch unsere gegenwärtigen Bedürfnisse mit unseren zukünftigen Bedürfnissen abwägen lässt und der Rekurs auf unsere vergangenen Erfahrungen. Das macht unser Leben so wunderbar komplex und das bedeutet, dass wir die ganze Zeit die Konsequenzen unseres Handelns für verschiedene unsere Bedürfnisse abwägen müssen und das gleichzeitig. Und das kann also sein, dass unser Handeln in einer Hinsicht wirklich wünschenswerte Folgen hat, aber in einer anderen völlig unwünschenswerte. Deswegen ist die Aufgabe permanent diese Abwägung der verschiedenen Bedürfnisse, die wir haben und also das Bedürfnis Gesamtniveau anzuheben. Wenn dann mehrere Menschen noch im Spiel sind, weil ja unsere Konnektivität, also unser Zusammenleben kurz gesagt und die Rückkopplung schleifen, die es dadurch gibt, auch auf uns selber, müssen wir auch die Bedürfnisse anderer mit abwägen. Dann wird es irre komplex und führt aber dazu, dass grundsätzlich, weil andere Menschen für uns so wahnsinnig wichtig ist, wir auf die Beziehungsqualität echt achten müssen. Und wenn man eben Menschen bedroht die ganze Zeit, wenn man sie ganz demütig, senkt man die Möglichkeit, diese Bedürfnisabwägung auf eine rationale Weise überhaupt ansatzweise angehen zu können. Also sozusagen die Konsequenz von Gewalt, Verhaltenskoordination über Gewalt und Demütigung und Bedrohung und Angst machen ist desaströs auf allen Ebenen. Wäre es das nicht, wäre Gewalt nicht so schlimm. Tatsächlich. Aber es ist so schlimm, weil sie genau diese Konsequenz hat und von dieser Konsequenz auch völlig untrennbar ist. Wer sich das nochmal im Detail reinziehen will, was die Konsequenzen von so einem Umgangsform sind, ist bestens aufgehoben bei Thomas Gordon, bei dem Buch Gute Beziehungen. Der macht das nochmal ganz im Detail, der dröselt das alles auf. Was passiert im Detail, wenn man so Verhalten koordiniert? Also man versucht andere Menschen dazu, ein wünschenswertes Verhalten zu bewegen, indem man mit Stick and Carot, mit Belohnung und Bestrafung agiert. Und das gilt halt für Erwachsene ganz genauso wie für Kinder. Da gibt es keinen Unterschied. Und insofern braucht ein ethischer Konsequenzialist überhaupt keine Prinzipien aufzustellen. Er kann einfach mal auf die Konsequenzen hinverweisen und hält dadurch auch unser Verhalten liquide. Auch alle Leute, die mal durch Marschen Rosenberg durchgegangen ist, durch die ganze gewaltfreie Kommunikation, können mit so einem Prinzipiendenken dessen nichts anfangen, weil die ganze gewaltfreie Kommunikation auf folgendem Witz basiert. Bedürfnisse werden absolut gesetzt, also wie Hard Facts. Bedürfnisse werden in der gewaltfreien Kommunikation so gesehen, das ist unverhandelbar. Also im Sinne von, das ist einfach gegeben. Wir können damit nur umgehen. Bedürfnisse sind auch immer berechtigt in sich selbst, in dem Denken. Was austauschbar sind, die Strategien. Und dieses Prinzipiendenken, also weil er sagt ja, ich zitiere nochmal, es gibt eben Dinge, die macht man einfach nicht. Die sind auf der Strategieebene, also auf der Handlungsebene. Handeln wird von der GfK verflüssigt. Da würde ich sagen, dass die Bedürfnisse sind absolut, aber wie wir mit den Bedürfnissen umgehen, wie wir versuchen, das halten wir beweglich und versuchen da immer mehr Bedürfnisse rein zu integrieren in unser Handeln. Wenn jetzt aber jemand kommt, das macht man einfach nicht, dann würde ein Marshall Rosenberg sagen, gefährliche Sprache. Also würde er sagen. Es gibt so ein paar komische Videos von ihm, wo er so agiert. Und ja, weil Strategien absolut zu setzen und nicht zu verflüssigen, ist eine ganz dumme Idee. Weil es gibt immer Situationen, wo halt das dann wie anders ist. Und es mag Verhältnisweisen geben, wie eben so bestimmte Gewaltverhältnisse, die immer problematisch sind, aber die sind halt tatsächlich von ihren Konsequenzen her, von ihrem, was darauf folgt, was danach passiert, wie das Menschen verändert, wie das unsere Beziehungen verändert, wie das unsere weiteren Verhandlungsspielräume verändert. Von dem her ist es problematisch. Und wäre es das nicht, gäbe es an Gewalt wahrscheinlich echt nichts auszusetzen. Also man braucht kein Prinzip draus machen und dem ganzen Prinzipchen denken Tür und Tor öffnen mit all seinen fatalen Folgen, um bestimmte Verhaltensweisen abzustellen und sich abzugewöhnen. Es geht von den Konsequenzen her viel, viel besser. Man bleibt beweglich, man bleibt mit sich auch in Kontakt, während diese Mannsprache uns aus dem Kontakt bringt. Also so, man macht das nicht. Das ist im Grunde altes Denken, altes Prinzipienreitertum, was wir wirklich vermeiden wollen. Und das tut mir schrecklich leid, lieber Carlos Gonzalez, allen Minuten, was du willst, das ist ein absoluter Irrweg, den wir bitte nicht mehr mitmachen sollten. Sag ich, weil ich auf die Konsequenzen schaue. Ja, sagen wir so, das ist mein Vorschlag. Und ja, also Leben ist das wahre Leben. Man probiert Dinge aus und dann kriegt man bestimmte Dinge und daraus ziehen wir halt Schlüsse. Und Leute, die halt versuchen mit Geberuhen und so durchs Leben zu gehen, erleben bestimmte Dinge. Und Leute, die das vermeiden, erleben andere Dinge und man kann sich das anschauen. Also Gott sei Dank muss man nicht alle Fehler selber machen. Und Gott sei Dank ist halt es einer Menschen hinreichend ähnlich, dass halt die Fehler andere für einen auch was bedeuten, teilweise. Nicht ganz immer, aber teilweise. Und dann kann man sich halt gucken, gilt das auch für mich? Gilt das für mich nicht? Ist das bei mir anders? Und dann irgendwann wird man halt aus dem Denken rausgehen und wird halt irgendwas tun. Und dann wird man erleben, was man davon hat. Und der ethische Konsequentialismus bejaht dieses Prinzip und versucht ansonsten alle anderen Prinzipien aus dem Weg zu gehen. Genau. Ich wünsche euch gute Erfahrungen mit dem, was ihr ausprobiert und Ceterum Sensio, Demokratia, Messe Sortienta.